Was zeichnet die Jugendarbeit des FC Schalke 04 aus? Ja, einfach hier in der Region, im Ballungsgebiet, Ruhrgebiet zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Talente zu erkennen und dann zu Schalke 04 zu holen. Der Wettbewerb im Ruhrpott ist sehr groß, aber man beweist da immer wieder das richtige Näschen. Die Jungs sind sehr glücklich und stolz auf Schalke zu sein, aber sie bekommen auch die jeweilige nötige Ausbildung mit. Ja, und was das Schöne daran ist, die Jungs da in der Nachbarstadt, so 30 Kilometer weiter, selbst die sind ein bisschen neidisch.